Hallo, wir sind polnische Putzfrau und wir sagen wollen, wir sagen wollen, deutsches Land, nichts zahlen, gutes Putzfrau. Ich wirklich, wirklich stink sauer über das. Hallo, hallo, auf. Ich habe mich geputzt in das Büro und dann kam dieser Mann und sagte, Putzfrau hier, weg. Sag ich, hier, Putzfrau, nichts, nur Putzfrau. Hallo. Ich habe gesagt, Alter, ich, deine Scheiße, putzen weg und du nicht mal sagen, danke zu mir. Hallo. Alles scheiße, du was besser machen oder was? Ich meine Arme nichts bewegen. Das kann ich sagen, scheiße. Tag, guten. Hallo. Sagen du auch das Gleiche wie ich, ne? Tag, hallo. Und wenn ich gehe zu dem Bahnhof, ne? Gehen du auch zu dem Bahnhof, die immer alle sagen, Nutte. Nutte, sage ich, nichts, Nutte. No. Warum ich sehe aus wie Nutte oder was? No. Sag ich, 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 Putzfrau. Putzfrau, immer besser als Nutte, musst du nicht deine Schamlumpen auseinander machen. Tag, hallo. Können bleiben zu, ne, Olga? Tag, hallo. Ja, siehst du? No. Sehen du, Olga, sagen die gleiche Sache? No. Tag. No. Echt? No, weiß nicht. So ist das. No. Und wir Polen haben eine Kultur. Du siehst du, ne? Kultur. Wir fressen die Magen von der Kuh. Sonst macht keiner. Tag, Guter. Und die Magen von der Kuh ist ganz wertvoller Fleischlieferant. Alle schmeißen weg. Oder geben Hund. Sag ich, Hund. Nuff. Hund. Soll ich nichts fressen, die gute Magen von der Kuh. Hallo. Ich sage, alle ekelhaft seien, die nicht essen die Magen von der Kuh. Aha. Olga. No. Du mir stimmen zu. No. No. Wie siehst? Alles klar. No. Sagen du auch was? Tag, guten. Hallo. Hallo.